Für euch, unser eurer Papa, hier ist der Joel! Für euch, die wunderbare Alina! Und einer, einer fehlt noch! Alle Hände da rum für... Ohne, ohne Co! Wo ist der Applaus für Berita Gugner? Lieber Chris, lieber Chris war Musikhaus, ihr wisst, wir fahren heute zwei Jahre die geilste WG in Deutschland, sie haben Geburtstag heute, deswegen will ich heute natürlich singen hören. Happy Birthday to you! Lauter! Happy Birthday to you! Und noch lauter! Happy Birthday Berlin Tag und Nacht! Happy Birthday to you! Mit Pip! Seeser, Seeser! Ihr seid der Hammer! Und jetzt habe ich sie hier, ich habe hier WG-Mitglieder, die wirklich von Anfang an schon dabei sind und in der WG wohnen, da frage ich den Joe mal. Joe, wie ist das Gefühl mit allen euren Fans, die euch immer täglich zugucken beim Wohnen, beim Eskalieren, wie ist das so jetzt im Matrix zu stehen und zu sagen, wir haben Geburtstag? Alter, ich muss euch sagen, das ist ein echt geil, mit allen Zeiten hier zu feiern und es geht geschützt, aber wir danken euch, den Deckel hier existiert wird, für das Wow! Ja, wir teilen das auch, jetzt haben wir einen Mann gehandelt, jetzt fahren wir mit den beiden Ladies an, mit JJ und Alina, wo ist der Applaus für JJ und Alina? Ja, das ist ein ganzíasen! Habt ihr so Some Words for the Crowd ein bisschen? Ähm, ich kann es, glaube ich, allen zusammenfassen, und das ist danke! Gut, dann, dann frage ich einfach mal nur die Ladies, seine bereifenden Statement von Marcel Rubert! Ja, ich wollte eigentlich schon alles machen und euch... Vielleicht wird es uns nicht geben, und wir machen das alles nur für euch! So, gehen wir mal ganz kurz da rüber, warte mal ganz kurz. Da müssen wir jetzt schon mal alle kurz mal befragen. Schmitty, Kritze, Sunny, Ole ohne Kohle, großen Applaus! Sunny, was sind deine Worte für diesen Moment gerade zum Geburtstag? Oh, ich liebe euch alle, es ist so krass, das Gefühl hier zu sein! Dann haben wir hier zwei, die machen immer zusammen ganz komische Sachen, und das machen sie sehr gut. Die werden wir heute noch ein kleines Bettel, ein paar Blöcke, Bögen hier drüben weitermachen. Das heißt, wir haben noch einige Aktionen für euch vorbereitet. Aber Schmitty und natürlich Kritze, wie ist das Gefühl, wenn man hier so steht vor gefühlten 50.000 Berlin-Erwartungen-Felds von Berlin-Tagern? Bitte, ich liebe euch! Nein, nein, nein! Auf die meine Schrift! Digga, 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 Digga! Digga, 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 Digga! Hi, 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 hi! Digga, 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 Hi, 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 hi! Ich liebe euch! So, ich hab mit immer eins zu sauen, ich hoffe ihr könnt jetzt ein bisschen mit-singen, wenn ich jetzt singen würde. Ich bin kein Model und kein Superstar Ich will an meine Hälfte fahren Und das will ich bei mir Warum? Meine Hälfte ist so frei Und dadurch ich im Megapark arbeite in El Arenal und er schon dreimal bei uns war und jetzt mal die Hütte abgerissen hat und immer so tut, als würde er das nicht können, was er eigentlich gerne macht, nämlich singen Begrüßt euch erstmal ohne ohne Kohle! Ich habe ehrlich gesagt, ich bin gerade ziemlich entsprachlos Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an den lieben Gott, dass es euch gibt! So, Oli, wir singen, Marcel, wir sind die Ladies-Kummer, Chee-Chee-Allena, wir kriegen alle Sunny auch, Grätze und natürlich später werden wir ein Battle machen und wir chokern hier drinnen, glaube ich, das machen wir jetzt gleich Die Party geht jetzt weiter, passt auf! Wir sind in allen Bögen immer wieder mit dabei, machen mit euch Riesen-Party und jetzt mal ein riesen Applaus nochmal für Berlin-Tagel Blatt! Und euer Resident DJ, hier ist DJ Chris in the mix!